Meine Damen und Herren, und zum Phönix nachgefragt sind wir jetzt in Berlin verabredet mit Sven Gößmann, Chefredakteur der Deutschen Presseagentur dpa. Grüße Sie in die Hauptstadt, an die Spree, Herr Gößmann. Guten Morgen. Guten Morgen. Und beginnen wir also gleich bei der SPD. Wir haben Sie gerade sozusagen im Baustein schon vernommen und auch im O-Ton. Machtarithmetik spielt bei dieser Partei immer eine besondere Rolle. Wie stabil würde denn so ein Duo Klingbeil-Esken, auf das es ja quasi per Akklamation jetzt fast hinauslaufen könnte, dann sein? Ich glaube, das kann sehr stabil sein. Denn letztlich geht es für die SPD erstmal darum, jetzt an die Macht zu kommen, diese Macht zu erhalten. Die Partei hat sehr lange gelitten und das hat ungeheuer diszipliniert und man hat dazugelernt. Das sieht man ja auch an dem relativ geräuschlosen Übergang jetzt von Norbert Walter-Beuerns hin, wahrscheinlich zu Lars Klingbeil. Also das ist eine gute Konstellation. Die Sozialdemokraten, glaube ich, sind jetzt im Moment erstmal auf dem Machtzug. Auf dem Machtzug, das bedeutet auch, die verschiedenen Machtzentren müssen austariert werden. Da ist das Willy-Brandt-Haus auf der einen Seite, das haben wir schon angesprochen, die mögliche Besetzung, die Fraktion, das ist geklärt. Und natürlich das Kanzleramt. Wie viel Beinfreiheit bedeutet das am Ende noch für Olaf Scholz? Ich glaube, dass Olaf Scholz im Moment sehr viel Beinfreiheit hat, weil er etwas geschafft hat, mit dem vor ein, zwei Jahren bei den Sozialdemokraten noch keiner gerechnet hat. Nämlich das Kanzleramt erobert, wenn auch mit einem historischer, eher bescheidenen Ergebnis. Aber am Ende wird stehen, er ist Bundeskanzler. Es gibt einen sozialdemokratischen Bundeskanzler nach den 16 Merkel-Jahren, die ja für die SPD auch immer traumatische Jahre waren. Sie wurde marginalisiert, obwohl sie viele ihrer politischen Projekte umsetzen konnte. Aber Scholz verkörpert jetzt natürlich für die Sozialdemokraten die Hoffnung. Übrigens nicht nur für vier, viele reden bei denen sogar schon von acht Jahren. Und die SPD-Frauen haben noch die Hoffnung, dass vielleicht die Nachfolge im Amt des Generalsekretärs dann vielleicht auch von einer Frau belegt werden könnte. Mal schauen, was uns der Tag dazu bringt. Es gibt an anderen Stellen durchaus so etwas wie Ampelgeräusche. Und da sind wir auch wieder bei der SPD, bei der FDP und bei den Grünen. Also 22 Arbeitsgruppen bis Mittwoch, so etwas wie das erste Ziel. Also erste Nagelprobe. Wie aussichtsreich ist dieser doch sehr ehrgeizige Zeitplan? Ich glaube, er ist natürlich schwer einzuhalten. Aber man wird alles tun, ihn einzuhalten. Weil natürlich das erste Versprechen der Ampelkoalition ist ein Kulturwandel. Weg von dem ganzen Geschiebe und dem ganzen Gezänk der großen Koalition. Weg auch von den Bildern der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren. Hin zu dem Bild einer geschlossenen Koalition, die einander auch politische Erfolge gönnt. Und das wird am Ende disziplinierend wirken, bei allem, was wir jetzt noch hören und lesen können, zu einzelnen Fragen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dafür, dass dort 22 Arbeitsgruppentagen, kommt relativ wenig an die Öffentlichkeit, wird relativ wenig öffentlich gestritten. Das sind wir Journalistinnen und Journalisten in Berlin gar nicht mehr gewohnt. Vielleicht verblüfft es uns deshalb auch so sehr. Also ein bisschen Ruhe im Schiff. Dennoch, es geht in der Bewertung von außen. Wenn man nichts hat, muss man ja ein bisschen sozusagen zwischen den Zeilen lesen, um Strategie und Taktik. Wer holt da mehr raus in diesen Gesprächen? Vor dem Wochenende ist so ein Brief von den Grünen bekannt geworden. Man hatte so den Eindruck, oh, das ist ein Hilferuf nach einem Backing von außen. Wie schätzen Sie das ein? Ein Hilferuf war es nicht. Ich glaube, es war eher auch schon der Versuch einer Demonstration für die eigene Basis. Was denn machen wir uns nichts vor? Was ist bisher in diesen Ampelverhandlungen geblieben? Man hat den Eindruck, vor allen Dingen, es gibt einen Gewinner und das ist die FDP, die offenbar einen sehr starken Einfluss hat. Die manches offenbar, so hört man es, schon verhindert hat an Symbolpolitik. Und natürlich müssen die Grünen jetzt auch Punkte machen. Sie haben schließlich die schwierigste Hürde. Sie werden ihre Mitgliederinnen und Mitglieder entscheiden lassen. Das ist ein schwieriger Moment für die grünen Spitzenpolitiker, weil die grüne Basis die unberechenbarste Basis bei den drei Koalitionspartnern ist. Also da muss man das eine oder andere vorweisen. So lese ich auch diesen Brief und so lese ich auch die Aussagen zum Beispiel von Winnie Herrmann, dem Verkehrsminister aus Baden-Württemberg. Der sagt, dem Klimaschutz ist nicht genug passiert. Okay, gehen wir noch eine Hausnummer weiter. Die noch Regierungspartei CDU hat am Wochenende formell das Rennen um den künftigen Parteivorsitz eröffnet, hat jetzt die Basis wiederentdeckt. Mitgliederbefragung das erste Mal überhaupt in der Parteigeschichte. Im Moment werden ganz vorn genannt bei den Namen ein möglicher Teamplayer, bisher nicht dafür bekannt, und ein Solitär. Herr Merz, Herr Röttgen, wie ist Ihre Einschätzung, wie sozusagen sich die Konstellation darum noch aufbauen könnte? Ja, ich glaube, das ist es wahrscheinlich schon fast, wenn man sich die Chancen anguckt. Friedrich Merz, er wird diese Woche 66 Jahre alt, ist trotzdem die junge Hoffnung der CDU-Mitglieder dafür, dass ihre Partei doch wieder nach vorne in die Offensive kommt. Das ist erstaunlich, aber er hat es immerhin geschafft, im Bundestagswahlkampf unter Armin Laschet eine loyale Rolle zu spielen. Das war ihm nicht immer gegeben in seiner persönlichen Geschichte, und das ist neu, und das hat die Partei durchaus beeindruckt. Und nach allem, was man aus den Parteikreisen hört, ist es ihm auch gelungen, Allianzen zu schmieden. Zum Beispiel mit der sehr wichtigen Mittelstandsvereinigung, die eh so eine Art Kampfgruppe Merz ist, und deren Chef Carsten Linnemann, auch Jens Spahn, so heißt es, soll signalisiert haben, eigene Ambitionen noch zurückzustellen. Er kann warten, er ist knapp über 40, und Friedrich Merz in diesem Fall zu unterstützen. Für Norbert Rodkin wird es, glaube ich, schwieriger. Sein Intellekt ist in der Union unumstritten, aber seine Loyalität und auch seine Freundlichkeit gegenüber vielen anderen in der Parteispitze wird auch immer wieder hinterfragt. Ich glaube, am Ende wird sich Friedrich Merz diesmal im dritten Anlauf durchsetzen können, weil eben die Mitglieder und nicht nur die Delegierten, die er beim letzten Mal noch als Establishment gespielt hat, ihn wählen werden. Und dann wird die Union irgendeine Form von Übergangsneuanfang haben, denn natürlich ist Friedrich Merz auch kein Zukunftsversprechen mehr. Herr Gassmann, aber trotzdem, niemand würde mir verzeihen, wenn ich Sie jetzt nicht nach Frauennamenfrage in der CDU aufgefordert. Sind Sie, wer hätte Potenzial, Rückhalt und genügend Vernetzung? Vielleicht noch zwei Namen. Die traurige Wahrheit ist im Moment niemand. Sicherlich die größten Chancen irgendwann in der Zukunft hat. Sevilla Breher, sie ist im Bundesvorstand, sie ist stellvertretende Parteivorsitzende, sie ist Vorsitzende in Oldenburg-Land, einem klassisch schwarzen Bezirk in Deutschland. Vielleicht kommt Annette Wittmann-Mauz auch noch ins Spiel, Vorsitzende der Frauenunion. Aber im Moment, glaube ich, wird das rein auf Stellvertreterposten rauslaufen. Sven Gößmann, der Chefredakteur der Deutschen Presseagentur dpa. Ganz herzlichen Dank für dieses Phoenix Nachgefragt nach Berlin. Dankeschön. Bitteschön. 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 Bitteschön.